Letztes Jahr habe ich nicht davonlaufen können, das war das Jahr, um den Titel zu verteidigen. Also jetzt der Oberdauern ist für mich ein idealer Platz, um mich noch abzulenken, um zu entspannen, kurz vor dem Rennen, kurz bevor es losgeht. Und natürlich, das Ganze mit Skifahren kombiniert, ist für mich ideal, die letzten Wintertage sozusagen genießen, bevor es dann in die Hitze geht. Es ist für uns eine ganz tolle Geschichte, dass der Kick-Off für die kommende Saison hier bei uns in Oberdauern macht, weil, wenn man sieht, Red Bull Eres ist eigentlich nur in Millionenstädten, Istanbul, New York, Barcelona. Und wenn dann ein kleines Dorf wie Oberdauern dann einmal die Ehre hat, so ein Spektakel miterleben zu dürfen, ist das natürlich eine einmalige Geschichte. Und jetztday? Und jetzt, jetzt, jetzt! Ihr könntest, jetzt, jetzt! Vielen Dank.